Nein, Schatz, geh nicht. Ich flehe dich an. Du darfst mich nicht verlassen. Was bin ich denn ohne dich? Ich habe so langsam das Gefühl, dass ich unerwünscht bin. Unerwünscht? Aber doch nicht bei mir. Und was ist das? Das war doch nur ein einziges Mal. Nein, geh nicht. Der Lanz fürcht mich doch nie wieder einladen. Das war wunderschön. So viel Spaß hatte ich nicht mehr, seit ich in der Tönnies Fleischfabrik war. Kai, das hier mit uns, das hat mir unheimlich viel gegeben. Was denn? Einen süßen, multiresistenten Omega-Mutanten. Papa. Bitte Abstand halten. Wunderschöne Wunderschöne Wunderschöne